Ich will einen Kracherfisch in meinem Aquarium. Aldemar HD. Psch, he, he, toll. Hey Leute, hier ist Aldemar mit Subnautica. Es geht weiter, wir waren zuletzt im Ölbiom und jetzt sind wir unterwegs zurück nach Hause. Wir wollen das anpflanzen, was wir gefunden haben und den verstärkten Anzug bauen. Und da muss ich mir überlegen, was wir machen wollten, weil ich es nicht mehr weiß. Warum ist das Licht eigentlich vorne aus? Haben wir überhaupt Licht? Ist es aus? Warte mal, dann können wir das doch hier an- und ausstellen. Warte mal, woanders noch mal. Warte mal. So, hier kann ich Gott sei Dank mit Linksklick Sachen anmachen. Ich bin Montana Prey nebenbei und wenn ich da Linksklick auf so Monitore klicke oder so, dann schieße ich immer. Meine Güte, da springe ich aber auch durcheinander. So, ab nach Hause mit meinem wunderschönen U-Boot. Wir kommen hier super über die kleinen Anhöhen rüber. So, halt. Guck mal, wir können den Garten hier durchsehen. Lol. Lol. Okay. Ähm, okay. So. Äh, hab ich... Ja, zwei Stück. Exit Cyclops. Ja, wir können uns jetzt mal reparieren. Ich muss noch mal ein Bett bauen. Ich hab ja auch gar kein Bett, ne? Geht noch gar nicht. Geht noch gar nicht. Dün, 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 dün. So. Guck mal, das meine ich mit grelles Leuchten. Ja? Grelles Leuchten. Von diesen blöden Bäumen, wenn man die da einpflanzt. So, okay. Erste Tür. Check. Da haben wir die Pilze. Ich muss noch so ein Ding ins Bauen, damit wir die Pilze anpflanzen können. Hier ist noch eine Boje drin. Okay. Zuerst brauchen wir diese Schätzchen hier. Okay. Ich glaube... Ich glaube, es wird Zeit, einen Fabrikator hier an Bord zu bauen. Cool sieht das aus hier, ne? Schön. Okay. Benzol brauchen wir erstmal. Okay. Drei Stück! Meine Scheiße. Meine Scheiße! Oh, geht das nicht? Hallo? Meine Güte. Jetzt aber. Meine Scheiße. So, gehen wir da hoch. Und jetzt komme ich mit der Steuerung voll durcheinander. Zack. Gott sei Dank dauert die Animation nicht zu lange. Ich hatte nämlich Angst, dass wenn die Animation einführen, dass ich dafür viel zu lange brauche. Ich überlege gerade, ob ich eventuell... Obwohl, die zwei Bäume müssten ja eigentlich reichen, ne? Wenigstens zwei. Dann warten wir, bis sie gewachsen sind. Können wir noch mehr entpflanzen. Falls das zu wenig ist. So, jetzt machen wir ein Benzol. Benzol! Und dann noch ein Benzol. Und das nächste Benzol. So, dann brauchen wir jetzt noch für den verstärkten Anzug... Zwei sind... Ach, wir müssen nur zwei synthetische Faser machen. Fasergewebe. Haben wir... Okay, warte. Bleiben Sie ruhig. Das schaffe ich schon. So. Eins, zwei, drei. Und Winter voll. Ach, es wird wieder hell draußen, glaube ich. Gott sei Dank. Fasergewebe. Fasergewebe. Aber was war denn meine nächste Mission? Wir können jetzt... Wir können einen Laserschneider bauen. Das können wir machen. Äh, und... Dann... Könnten wir die Aurora abschließen. Und da den Prawn-Anzug holen. Prawns. Dann können wir richtig Ressourcen-Farmen gehen. Ach so. Entschuldigung. Ich komme nochmal durcheinander. Synthetische Fasern. So, und... Jetzt den... Ah. 50 Prozent. 50 Prozent, Leute. Das ist es wert. Auf jeden Fall. Wir haben immer noch Strahlenschutz-Handschuhe und so. Nein. Den hier. Den coolen Anzug. Der coole von der Schule. Parker Aldemar. Louis. So. Der coole von der Schule. So, da rein. Ähm. Ich brauche noch einen Garten. Aber wir haben keinen, ähm... Titanen mehr, ne? Äh, gut. Dann tun wir jetzt mal Zeug weg. Äh, Uranit-Kristalle. Ah, haben wir doch gefunden. Uranit, Uranit. Lithium, Lithium. Wir brauchen Magnet-Heat. Das ist wichtig. Ich glaube, wir gehen nochmal auf eine Tauchex-Exkursion. Ähm. Lass mal gerade gucken. Wir haben auch nicht genug da, um einen Fabrikator zu bauen. Das habe ich beim letzten Mal schon versucht und das ging nicht gut. Gut. Ich dachte schon, ich habe mein Werkzeug vergessen. So. Ähm. Kabelsatz-Computer-Chip. Wir haben nicht mehr genug Silber. Äh. Hm. Warte mal. Kabelsatz... Ne, wir haben nicht mehr genug Kupfer. Ah. Okay. Dann brauchen wir essen und trinken. Weil wir waren auf langer Mission. Und jetzt müssen wir... Warte mal. Ich habe doch oben einen Nährstoffblock gefunden, oder? Ja, egal. Wir sind jetzt hier. Dann können wir auch... Oh, guck mal, wie sie springen gehen. Die Kack... Kackfische. Das ist ja mal hübsch. Okay, dann gehen wir andere holen. Wo wir viele das auch sind, ne? Okay. Okay. Wir brauchen ein paar Blasenfische. Wo sind die denn? Da ist einer. Ah. Komm raus. Komm raus. Komm raus. So. Wo wir ran? Komm raus. Ah, Mann, ey. Die brauchen aber auch... Möööö. Äh. Ich muss mir unbedingt diesen Scheiß... Ach, dieses blöde, diese Kugel bauen. Boah, ich muss auf mein Ding jetzt achten. Gibt es eigentlich jetzt auch einen Kühlschrank? Das habe ich vergessen. Nee, ne, oder? Gibt es jetzt einen Kühlschrank? Oder habe ich danach gefunden? Nee, es gibt keinen Kühlschrank. Alter, man hat aber keine Scheiße. So. Ähm. Alles klar. Blam, badam, bam, bam, badam, bam, bam. Machen wir erst mal, was zu trinken. Ja. So, das erste Mal jetzt, glaube ich. Machen wir erst mal das Wasser, dann machen wir das Essen. Und dann gehen wir hier nochmal schwimmen. Wir suchen einfach mal ein bisschen Titan, damit wir es auf Tasche haben. Vielleicht finden wir ja noch Kupfer. Ich würde jetzt schon gerne den Fabrikator bauen. Wir brauchen hier auch den Energiezellenaufladedingens. Das ist auch wichtig, ja. Das sollten wir schon bauen. Ich brauche Magnetit und so. Ich will ja das Wärmekraftwerk bauen. Das wäre auch toll. Wenn der alle mal das schafft. So, jetzt essen wir erst mal. Irgendwie geht das nicht immer gut. Mit Salz und so können wir auch gefiltertes Wasser herstellen. Wo war denn nochmal viel Salz eigentlich verfügbar? Egal. Jetzt gehen wir erst mal hier gucken nochmal. Ich ignoriere, dass der mich hier gerade verfolgt. So. Entschuldigung, ich bin ein bisschen hektisch. Weil ich hier hektisch sein muss. Warum ist das sowieso so sensitiv? So. Ach, krass. Die Maus ist super sensitiv, obwohl ich jetzt schon ganz unten bin. Na gut. Ich versuche das ja mal wenigstens so zu machen, dass ich nicht hektisch bin. Weil die Maus ist Sensitivität. Ach so, warte mal. Die wurde resettet. Genau. Das machen wir hier gerade bei Tastatur. Wir gehen mal auf 5. Ja? Perfekt. Genauso muss das sein. Oh. Okay. Nein, ich wusste es. Mit Rechtsweg. Oh, dreimal. Habe ich das an? Oh, ist immer noch hinter mir. Ich wusste mal Sam vielleicht. Ist immer noch hinter mir. Nein. Aber hier sind überall diese Kakaale drin. Also Gold und ein Silber vielleicht. Okay. Das ist ja auch nicht ablässt, ne? Doch, er hat mich einmal gebissen. Okay. Kein Problem. Da. Die Zahlen. Wir haben aber nur Silber und so jetzt gefunden. Ich brauche ja eigentlich Kupfer. Ich brauche doch eigentlich Kupfer. Doch eigentlich nur ein wunderschönes Kupfer. Da ist eins. Aber hier gibt es mehr Silber und Gold als Kupfer. Ich könnte auch den Scannerraum bauen, aber ich brauche trotzdem Kupfer. Was ist ein Ei? Ich dachte schon, das wäre so eine Scannerraum-Drohne. Das sah so aus, oder? Lol. Lol. Ist das Rotgraspium? Aber hier jetzt farm zu gehen ohne... Ah. Seemottenfragment. 30 Sekunden. 30 Sekunden. 30 Sekunden. Of Oxygen. Okay. Na, 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 na. Ich muss erst mal Zeug loswerden. Dann nehmen wir uns jetzt mal die Seemotte. Und suchen uns mal gezielt Kupfer. Weil sonst scheinen wir ja alles ausreichend zu besitzen. Bettern. Jetzt mit dem Zyklopen nach Kupfer zu suchen wäre jetzt umständlich. Ich will noch zum Mountain Bio. Wir müssen da hin. Auch wegen dem Magnetid. Aber noch nicht. Ah ja, das sah gerade ein bisschen komisch aus. So, wir suchen große Coral-Tubes. Hier in dem Swellow, Shallow... Hallo Katzilein. Na, komm mal hier. Oh, bist du ganz nass. Bist du meine Meereskatze? Nein, ich will weg, ich will weg. Fischwechsel. Das ist die Vaskis. Mein Katzilein. So. Dann krieg ich mal direkt so eine Babystimme, wenn ich Katzen sehe. So war ich. Kupfer. Okay. Waaah. Hast du das gehört? Katzilein. Hallo. Meow. Meow. Bis ein kleines, süßes Katzilein. Süßes Katzilein. Kleines Schweinilein. So, das brauchen wir nicht. Quarz brauchen wir nicht. Brauchen wir Quarz? Nein. Nein. Kein Quarz? 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 Ja. Will nicht reden. Ah, hier ist es. Gefunden. Gefunden. Ah, und das haben wir auch gefunden. Scheiße. Dann sterbe ich gleich noch wegen dir. So. Okay. Oh, das habe ich aber gut geschafft. Oh, Fischwechsel. Ne, warte mal. Da. Wir tauchen dann mit da rein. Das ist das Tolle. Dann können wir nämlich direkt fahren. So. Und Luft holen. Das war aus Versehen. Das gilt also als Fischwechsel. Fängt gut an. Ja, ist schon eine Überlegung wert. Den Laserschneider zu bauen. Und dann in die Aurora zu tauchen. Um den Exosuit zu holen. Damit können wir super gut Kupfer und so eine Scheiße fahren. Und so eine Scheiße. Ach, guck mal. Unser Schatten. Ist gut, ne? Was sagt Oxygen? Okay. So. Ach. Da ist es doch. Okay. Dann können wir den Fabrikator bauen. Und vielleicht sogar den Auflader für die Dingens. Den Auflader. Ach, komm schon. Guck mal. Das ist der tote Kieker. Er tut mir schon ein bisschen leid. Äh. Da ist ein Kracherfisch. Kein Kracherfisch. Ei, oder? Doch, da ist ein Kracherfisch. Dann fahren wir da mal grad hin. Ich will einen Kracherfisch in meinem Aquarium. Aquarium. Ja, das ist gut. Die sind Lochfische. Die sind auch hübsch. Okay, dann tauchen wir mal nach oben. So. Auf nach Hause. Wir bauen ein wenig uns ein Zyklop aus. Ja, es gibt immer noch leider keine Zyklop-Unlockstation. Unlockstation. Bucht. Zack. Zack, zack. Rekint. Okay. Wir brauchen sowieso mal ein bisschen Kupferdraht. Deswegen machen wir direkt mal drei. Eins. Zwei. Drei. Ich war das jetzt nicht doof. Weil wir... Da haben wir noch zwei. Zwei Kupfer. So. Okay, dann holen wir uns jetzt mal grad... Davon auch noch mal... Drei. Eins. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Oder von drei braucht. Eins würde echt reichen. So. Ähm. Ähm. Also zuerst Fabrikator. Das ist wichtig. Müssen wir jetzt mal gerade gucken. Computerchipkabelsatz. Computerchipkabelsatz. Gold. Gold und Geld. Geld und Gold. Gold und Geld. Geld und Gold. Ja, das ist super gut. Zwei Silbererze. Aber erst mal... Das eine Apparat-Ding. Nicht, dass ich irgendwas baue, was ich doch nicht brauche für den, ähm... Dingens. So. Dafür brauchen wir das Gleiche. Nur noch ein Glas. Aber wir bauen das erstmal gerade. So. Nicht, dass ich dann irgendwelche Ressourcen verbrauche. Soll ich das mal hier unten reinbauen? Mein Fabrikator und Co. Ne, wir machen das oben. Wir bauen ja auch neue Schränke da rein. Das bietet sich halt immer so gut an. So. So. Das kostet halt auch Strom. Aber es ist halt dennoch wichtig. So. Das haben wir. Wir brauchen auch hier einen Schrank. Das dürfen wir nicht vergessen. Glas Titan. Okay. Jetzt bauen wir die, äh... Dingens Aufleitestation. Die Energiezellen Aufleitestation. Damit wir auch mal... Machen wir die Tür noch wieder auf. Wir können auch ein paar Früchte essen ganz vergessen. Guck mal, die Batterien sind auch fertig. Muss ich auch mal austauschen. So. Das nächste Batterien Aufladeteil. Das kommt... Wo kommt das hin? Wollen wir das hier hinsetzen? Oder irgendwo hier hinsetzen? Hier passt nix hin. Ist schon alles voll. Warte, hier geht's noch hin. Oh, dann nimmt das voll den Platz weg. Das kommt hier hin. Äh... Da hin. Computerchips, Kabelsatz, Glas, Titan. So, machen wir das gleiche nochmal. Ähm... Wir brauchen... Gold... Silber... Hab ich auch genommen. Okay. Eins. Zwei. Glas. Oder Quarz. Glas, ne? Ich wollte doch die ganze Zeit Glas herstellen. Warum geht das jetzt nicht mehr? Hab ich's vielleicht... Nein. Nachricht? Aurora, it's Sunbeam. We've made orbit. And scans have found a landing site on the planet that's only rated hazardous. It's our best shot. We've sent you the coordinates. We'll be there in two days time. Cross your fingers, the weather holds. And don't leave us waiting. Sunbeam out. Yay! Wir werden abgeholt. In 39 Minuten. Haha. Haben wir denn noch einen Wegpunkt? Landeplatz für Sunbeam. Boah. Wir haben eine Mission. Egal. Ich brauch erstmal... Auch Essen. Aber... Ist, äh... Ist, äh... Ist, äh... Ist, äh... Quarz. Pass auf. Dann fahren wir grad mal mit, äh... Sissi. Noch Seemotti. Quarz sammeln. Zwar Richtung Landestelle, aber ich will da nicht rein. Ich muss nochmal, ähm... Ich muss nochmal Diggins finden. Guck mal, hier sind überall Blasenfische. Die müssen wir mitnehmen. Das hab ich gesehen. Das ist nämlich auch mit. Naja, Titane. Gut. So, Blasenfischis. Kommt mal mit. Da auch. Ich brauch unbedingt den Destillanzug. Und ich brauch Salz. Nicht den Destillanzug. Ich brauch die Destille. So. Das ganze Gerät. Die Gerät. So. Einsammeln. Das auch. Das auch. Ja, ich weiß. Deswegen sind wir doch hier am Sammeln. Hab ich jetzt zwei Quarz, ne? Das reicht. Ich hab sogar drei Quarz. Da. So, dann wieder zurück. Hab ich mir doch jetzt sparen können. Cool, ne? Mit dem Ankunftsunbeam. Oh yeah, Baby. Das wird richtig gut. Das wird richtig gut. Das kannte ich noch nicht. Wirklich nicht. Das ist Surprise for me. Also das mit dem einen Timer. Bisschen bin ich ja gespoilert. Aber das wisst ihr ja. So. Ähm. Okay. Wurzelnang muss ich da, finde ich, wieder bei mir an Deck. Das haben wir. Jetzt holen wir mal gerade... Machen wir gleich. Wir holen jetzt mal gerade ein paar Energiezellen. Damit wir... Da mal ein bisschen aufladen. Guck mal. 34. Und 0. Das ist gut. Zwei Stück. Mehr wollten wir auch nicht nehmen. Gut. Das können wir dann immer noch machen. So. Und wir haben jetzt einen Fabrikator. Auch wenn wir uns damit immer, äh... Im Zaun halten müssen. Aber wir haben ja zwei Energie-Efficiency-Dingens drin. So. Wir brauchen mal gerade... Warte, ich tue jetzt mal da rein. Äh. Falsch. Sehr gut. Die waren mal lauter. Diese Gerätschaften. Ich weiß nicht, ob wir auf Mission gehen, wenn die noch nicht aufgeladen sind, aber... So, jetzt müssen wir hier mal gerade aussortieren. Ne. Wir machen erstmal doch. Wir nehmen die raus. Zack. 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 Gucken wir mal nach. Schweißgerät. Äh. Ach. Scanner hat zum Beispiel gar nichts. Ja. So. Jetzt tun wir die leeren Teile. Ne. Doch. Ne. Nur 1. Wir können auch zwei auf Reserve erstmal lassen. So. Dann tun wir das ganze Goldgedrisse und Scheißzeug hier rein. So. So. Das lassen wir... Das brauchen wir auch nicht mehr hier. Bom, bom. Das behalten wir das Artefakt. Rettungskapsel 19 kann hier bleiben. Das Kracherei bleibt auch hier. Ja, jetzt machen wir es mal zuerst, bevor wir hier hoffnungslos sterben. Ich brauche Salz, damit wir destilliertes Wasser machen können. Ich glaube, wir können von diesem gefilterten Wasser immer nur 2 Liter trinken. Oder 0,4 Liter oder so. Doch, jetzt ging es aber. Wir haben immer noch Hunger. Ich habe immer noch einen Nährstoffblock bei mir oben. Den erse ich jetzt vielleicht mal. Okay. So. Check, 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 check. Wir können auch jetzt ohne diese beiden Energiezellen losfahren. Theoretisch müsste das genug sein. Unlocken. Okay. Wie auch immer, Leute. Ja. Wir pausieren jetzt. Wir sehen uns nächste Folge wieder bei Subnautica. Da gehen wir zum Landeplatz der Sunbeam. Das müsste das Mountainbiom sein, die zweite Insel. Und dort finden wir auch Magnetit. Also bis dahin, Leute. Haut rein. Auf geht's. Also bis dahin. Das tiefe in Nesquartium. Haha. Doe. ch Izht. Are YOU tym